Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Himalaya One Wands Heute habe ich mal ein richtig cooles Texture Pack dabei Ich glaube gerade sieht man das noch nicht so Aber das kommt gleich noch Das zeige ich euch dann gleich Ja neuer Fight würde ich mal sagen So das was ich bei dem Pack so cool finde ist das Schwert Einfach mal Putin drauf Gut heißt The Russian Russia Pack Sollte glaube ich eigentlich ein Bad Wars Pack sein Aber finde ich trotzdem eine geile Idee Einfach so Putin auf ein Schwert zu klatschen Und mein Gegner leckt sich hier dezent einen ab By the way Leute Ja moin By the way ich wollte mal wieder ein bisschen aktiver streamen auf Twitch Da könnt ihr ultra gerne mal vorbeischauen Ich versuche endlich mal daran zu denken Twitch in die Beschreibung zu packen Ähm ja mein Gegner ist hier irgendwie so ein bisschen am verlieren habe ich das Gefühl Okay ziehen wir den mal ganz kurz Okay Ein bisschen gewählt Ja moin Danke Timolia Äh Timolia hat gerade halt so ein paar Armaktionen Und na Alphapig das kann halt wirklich nur an Timolia legen Easy Aber auf jeden Fall Könnt ihr auch mal sehr gerne bei mir auf Snapchat vorbeischauen Da wird wahrscheinlich einfach nur übelste Random Stuff vorbeischauen Generell schaut einfach mal ultra gerne in die Beschreibung Äh da Ähm Da erfahrt ihr halt so alles mögliche aus meinem Leben Aber inzwischen bin ich tatsächlich ziemlich inaktiv geworden Auf so ziemlich jedem Social Media Aber auf Dings LOL das ist kein Lo-Fi Ja das ist ja mal ultra eklig Ähm Ähm Inzwischen LOL rausgetappt Ja moin Danke dafür Ähm Ja inzwischen Bin ich nur noch auf Twitter Mehr oder weniger aktiv Und da Ich auch nur So Dann Schauen wir mal dass wir den ziehen Ohne Rod Ja moin Das könnte eklig werden Weil ich Ich hab mal noch krasser auf Rod geschwitzt Als ich sie jetzt gerade tue Und Das mag was heißen Weil ich schwitze gerade ziemlich auf Rod Oder momentan Komm W-Tap Kombo Na gut Das war jetzt nichts mit W-Tap Aber Gewonnen Ich hatte auch mal überlegt Ähm Inzwischen Mal irgendwie Handcam Streams zu machen Oder so Weil ich finde irgendwie Handcam Videos Ist nicht unbedingt meins Auf jeden Fall Stream ich fast daily Auf Twitch Heute werde ich wahrscheinlich Nicht Auf Twitch gestreamt haben Weil ich noch ein Video Für morgen machen muss Weil ich morgen Halt einfach nicht Zuhause bin Der hat sein Schwert verloren Äh Das kriegt er Naturalmente zurück Dann Muss ich ihn Ganz kurz Klatschen Dann soll das Auch jetzt der letzte Fight gewesen sein By the way Ich hatte überlegt Zu vloggen Ob es auf YouTube landet Ist die andere Frage Das ist bei mir Immer so ein bisschen kritisch Weil bei mir Ist dann immer die Frage Ob ich damit so Zufrieden bin Weil Bis das passiert ist Wie oft droppst du dein Schwert Wenn du nochmal droppst Dann kriegst du es nicht mehr zurück Aua Ja also Bis ich irgendwie Was habe Womit ich zufrieden bin Ist halt ein bisschen schwer Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich ultra Über 1 like 1 commi BTC freund Bis dahin Ciao